Du bist gerade dabei, dein Konzept, deinen Businessplan zu planen, dein Unternehmen zu öffnen oder zu vergrößern und brauchst Geld, Finanzierungsmittel? Nun, dann bist du heute hier richtig bei dem richtigen Ablauf für die Beantragung von Fördermitteln und anderen Finanzierungsmitteln. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des X-Group-Instituts für Gründung, Finanzierung, Geschäftsentwicklung. Ja, und jeden Tag rufen bei uns Menschen an und bitten um Hilfe dabei, Fördermittel und Finanzierungsmittel zu beantragen oder zunächst überhaupt mal zu recherchieren, welche es überhaupt gibt. Und da gibt es eine Reihenfolge, die ich dir heute mitgebe, wie du dich auch ein bisschen vorbereiten kannst, damit die richtigen Informationen zur richtigen Zeit für dich auch greifbar sind. Nun, grundsätzlich ist es für mich als ausgewählter Fördermittelberater schwierig, alle 13.000 Fördermittel dir vorzutragen innerhalb von 45 Minuten. Deshalb ist es hilfreich, wenn du vorher schon ein paar Informationen vorbereitet hast. Und das ist letztendlich auch die Arbeit, die wir hier bei der X-Group machen, um dich dabei zu unterstützen, die Fördermittel zu finden und zu beantragen und richtig zu verwenden. Der erste Schritt auf dem Weg zur Beantragung und Recherche von Fördermitteln ist, dass der sogenannte Gesamtkapitalbedarf ermittelt wird. Nun, was ist der Gesamtkapitalbedarf? Der Gesamtkapitalbedarf enthält alle Kosten, die du brauchst, zum Beispiel um dein Projekt zu starten, einen Prototyp abzuschließen. Also alle sogenannten Vorgründungskosten. Und natürlich dann alle Gründungskosten, die du zum Markteintritt brauchst. Dazu gehören Betriebs- und Geschäftsausstattung, dazu gehört Marketing, die Gründung deiner GmbH oder UG, falls das erforderlich ist, Kaution, Provisionenzahlung, Umbaukosten. Also alles, was du brauchst, um dein Geschäft zu öffnen. Nun, und der dritte Teil, der noch dazu gehört, ist dann, wenn du gestartet bist, deine Fixkosten, deine laufenden Kosten, personale Kosten, vielleicht variable Kosten, Warenlager, Wareneinsatz, all das schon auch zu einem gewissen Teil vorfinanzieren, der am Anfang noch nicht durch deine Umsätze gedeckt wird. Und diese Zahl, die ist erheblich und die sollte auch in Netto sein. Denn die meisten Förderprogramme, Banken finanzieren, den Nettobetrag. Und ja, sicherlich gilt es dann, die Vorsteuer, die für dich dann anfällt, auch noch mit zu finanzieren. Der zweite Punkt ist, dass du dir Gedanken machst, wie sich dieser Gesamtkapitalbedarf aus dem ersten Schritt zusammensetzt. Also wie ist die Quote von Investitionen zu zugehörigen Betriebsmitteln? Was ist nun der Unterschied zwischen Investitionen und Betriebsmitteln? Nun, Investitionen sind in der Regel Anschaffungen, die aktiviert werden. Das sind meistens Gegenstände, wo auch das Finanzamt von dir möchte, dass du über mehrere Jahre diese abschreibst. Und diese Quote ist deshalb so wichtig, weil es einige Förderprogramme gibt, die sagen, also zum Beispiel das KfW-Staatgeld, das finanziert Betriebsmittel. Also Mietekosten, Fixkosten, vorfinanzierte Personalkosten, also als Reserve, die du auf dem Konto hast, für die Anlaufphase. Da zum Beispiel gibt es Förderprogramme, die ein Limit haben. Maximal 30.000 Euro. Und wenn du jetzt ein IT-Unternehmen machst, ein Webportal eröffnest, nun, dann sind deine Investitionen vielleicht ein Laptop. Und dann war es das auch schon mit 5.000 oder 10.000 Euro, wenn du deine EDV-Ausstattung fertig hast und brauchst vielleicht 90.000 Euro Betriebsmittel, dann fällt zum Beispiel das KfW-Staatgeld oder andere Förderprogramme aus. Die dritte relevante Information ist deine Postleitzahl von deinem Betriebssitz, wo er jetzt ist oder sein soll. Denn zum Beispiel in Berlin gibt es in City West andere Förderprogramme als in City Ost. Und fahren wir nach Potsdam, nach Brandenburg und nach Sachsen, gibt es wiederum andere Förderprogramme. Das heißt, die gesamte EU ist von West nach Ost aufgeteilt in Gebiete, die mit der Postleitzahl definiert werden. Und je weiter du nach Osten kommst, desto höher sind in der Regel auch die Zuschüsse. Deshalb wichtig ist also die Fragestellung, wo willst du dein Unternehmen gründen oder vielleicht auch danach aussuchen, wo es die höchsten Fördermittel gibt. Nun, der vierte wichtige Punkt ist die Frage nach den Eigenmitteln. Denn normalerweise ist es so, dass wenn du auf der Richtlinie der KfW nachschaust für KfW-Staatgeld, da steht dein Eigenmittel, Eigenanteil ist nicht erforderlich. Aber wenn du zur Hausbank gehst, die zuvor aufgesucht werden muss, weil die Hausbank den Antrag dann bei der KfW stellt, dann will die Hausbank in der Betriege schon einen Eigenanteil von 15% haben. Und je nach Branchenrisiko kann diese 15%-Quote auch nach oben gehen. Zum Beispiel in Berlin, Gastronomie, sagt die Deutsche Bank, die Volksbank bis zu 50% Eigenanteil ist die Voraussetzung, dass die überhaupt deinen Kreditantrag anfassen, genehmigen und zur KfW weitergeben. Und daher ist es auch so wichtig, dass du vorher dich schon erkundigst, wie in der Region die Branche gegenwärtig bewertet wird. Da gibt es Branchenbriefe, zum Beispiel von der Volksbank. Es gibt von Sparkassen und natürlich auch von IHK und Handwerkskammern gibt es in der Regel Brancheneinschätzungen. Und das ist für dich wichtig, dass du dann herausfindest, A, wird diese Branche überhaupt gefördert oder ist sie ausgeschlossen für Zuschüsse zum Beispiel auf einer sogenannten Negativliste? Oder ist es so, dass es hier eine Eigenkapitalquote von 50% oder höher gibt? Nun, dann gilt es erstmal, dieses Geld aufzubringen, anzusparen oder Investoren mit in das Boot hineinzunehmen. Nun, diese sechs Punkte sind relevant, damit wir eine belastbare Fördermittelrecherche und Finanzierungsstrategie aufbauen können. Und hier kommen wir auch ins Spiel. Das heißt, du kannst mit einem Gutschein ein kostenfreies Erstgespräch vereinbaren. Bei diesem Erstgespräch können wir genau aufzeigen, wo wir dir helfen können. Zum Beispiel bei der Ermittlung des Gesamtkapitalbedarfs, dass du nichts vergessen hast. Weder die Steuern noch Kapitaldienst oder andere Gebühren. Und dann helfen wir dir auch gerne dabei zu unterscheiden, was sind Investitionen und was sind Betriebsmittel. Zum Beispiel die Webseite, gehört die zur Investition oder gehört die zu Betriebsmitteln? Dein erstes Warenlager ist das Investition oder Betriebsmittel? All diese Fragen können wir gemeinsam mit dir klären, um dann die richtige Finanzierungsstrategie für deinen Unternehmenssitz aufzubauen und dir auch Hilfsmöglichkeiten zu geben, wie du vielleicht dein geringeres Eigenkapital noch vergrößern kannst. Ich lade dich also ein, jetzt gleich ein Erstgespräch zu vereinbaren über unsere Webseite. Gerne aber auch kannst du unseren Kanal abonnieren und weiterempfehlen. Ich wünsche dir Erfolg und freue mich, dein Vorhaben kennenzulernen. Dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du dieses Video zu Ende geschaut hast. Gerne darfst du diesen Kanal abonnieren oder auch weiterempfehlen. Möchtest du gerne ein Erstgespräch haben, um deine Fragen zur Gründung, Finanzierung oder beruflichen Entwicklung zu klären, so findest du hier auf dieser Seite einen Gutschein. Mit diesem kannst du ein kostenfreies Erstgespräch vereinbaren, 45 Minuten an der Dauer, entweder in Berlin, in meiner Beratungspraxis oder auch gerne am Telefon. Bis zum nächsten Mal.